Der Boden ist Lava AJ 5, 4, 3, 2, 1 Oh! Yo! Peace Leute, was geht? Und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute sind AJ und ich nicht alleine. Wir haben noch einen Gast dabei. Oh, yo! Yannick ist am Start, ihr kennt ihn alle. Was geht Leute? Mit dem habe ich schon Videos vor Jahrzehnten aufgenommen. Oh! Wir waren zusammen in der Schule, Leute. Yannick und ich. Und dann hat er die Schule gewechselt. Ich darf nicht auf den Boden setzen. Denn Leute, der Lava ist Boden Challenge. Habt ihr Bock? Ja. Du auch? Ich habe auch Bock, ja. Hast du mit Absicht gesagt, der Lava ist Boden? Habe ich? Nein, habe ich nicht. Doch, doch. Habe ich? Moin, moin. Ey, geil. AJ hat mich gerade darauf hingewiesen, dass ich eben der Lava ist Boden gesagt habe. Ich meine natürlich, der Boden ist Lava. Oh, das ist nämlich schon ganz schön heiß hier. Der Gewinner dieser Challenge bekommt 100 Euro. You already know. Ich denke mal, ihr wisst alle, wie das funktioniert. Hallo? Ja, sag dein Insta, komm. Folgt mir auf Insta. Art ist Leichert. Folgt ihm auf Insta. Let's go, macht das. Okay, aber der Boden ist Lava. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, geschafft. Nice. Okay, Leute, jetzt habt ihr, denke ich mal, alle verstanden, wie das Format funktioniert. Die meisten kennen das ja auch schon. Ey, yo, hau rein übrigens. Ihr seid echt überall. Oh, Leute, und ich habe was zu verkünden. Am 1. Mai wird so was krasses passieren, Mann. Seid gespannt und schaltet unbedingt am 1. Mai ein, Leute. Und da würde ich auch sagen, let's go. Der Gewinner bekommt 100 Euro. Seid ihr ready? Ready. Der Boden ist Lava, nicht dahin. Fünf, vier, drei, zwei. Toll, das geht auch selbe wieder. Lass mal hier weggehen, damit es ein bisschen spannender wird. Als nächstes bist du, AJ. AJ, der Boden ist Lava. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und... Du hast es geschafft, AJ. Digga, mein ganzer Bauch ist nass, Alter. Und meine Arme. Ich hoch. Aua. Nicht witzig, Alter. Jetzt haben wir Artus dran. Artus, der Boden ist Lava. Fünf, vier, mal gucken, ob er es schafft. Fünf, drei, zwei, eins. Digga. Hä? Digga. Hä? Oh, hier oben, hey. Ah. Yo, Alter. Folgt mir auf Instagram, macht die 100k voll. Ich heiße Artus Eichert. Oh. Ah, mein Fuß ist noch ein bisschen kaputt aus Amsterdam. Ich habe da Backflipfer kackt und, äh, ja. Nee, aber kennt ihr das, wenn ihr so voll kalt seid und dann irgendwo runterspringt und dann euer Fuß einfach so richtig wehtut? Nee. Ja. Ja. Ja, da ist der Boden. Vünf, vier, drei, zwei. Ohohohoho. Digga. You made it, boy. Alter. Tut gar nicht weh. Digga, ich dachte, das tut jetzt so ultra weh. Eh, ungefähr so. Zwei. Agee, der Boden ist Lava. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Digga. Wo ist Agee? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Sagt mir jetzt nicht, weil die Laterne auch schwarz ist. Nein. Okay. Das war schon ganz schlau von dir, AJ, mit der Laterne, weil ich dachte, ah, der findet nix. Aber stimmt, man kann ja auch einfach an Laternen gehen, so. Junge. Der läuft auch nur gegen. Na, die Kameras an. Der Wohnungslager. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Hä? Digga, zählt das? Ey, Jure, Digga. Ist kein Boden, oder? Ne, ist kein Boden. Boah, lecker. Janik, der Boden ist Lava. Fünf. Digga, das war zu leicht. Vier, drei, zwei, eins. Ey, AJ, Digga, das war viel zu leicht. Jo. Jo, Alter. Jo. Hä? Digga. Das ist auch voll langsam gedreht. Als ob das so schlimm ist. Digga, das geht richtig ab. Boah. Ihh, Digga. Digga, das ist ja echt voll schlimm. Ja. Digga. Ich hab mich locker auch langsam gedreht, oder? Ja, es sah von außen langsam aus. Als Kind hab ich die Sch*** geliebt, Alter. Ich frag mich wieso, Alter. Das ist in meinem Kopf falsch gelaufen damals. Heute auch nicht. Hey, J, der Boden ist Lava. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Das war leider nicht geschafft. Als ob... Hä? Oha. Digga, ich bin voll mit meinen Eiern dagegen. Was sagst du, Yannick? Das ist eine kritische Entscheidung. Also hat sich die Eier aufgebraten. Ey, mach keine Ahnung, Digga. Gebraten? Aja. 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 Natürlich, okay, weil du es bist, AJ. Es zählt. Ehre. Ey, den können wir eigentlich gleich mal zu Rewe bringen. Immer diese Leute, die so Einkaufswegen überall stehen lassen, Alter. Are you good, man? Danke fürs Schieben, Yannick. Gar kein Problem, immer gerne. Wir sind auch da. Okay, Leute, der Wagen wurde erfolgreich weggebracht. Wir gehen aber direkt nochmal was einkaufen für heute Abend. Und ich glaube, im Laden können wir auch noch ein paar nice Sachen machen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen, AJ. Ich dachte schon, ihr begrüßt mich nicht. Hallo. Ey, gucken wir heute eine Serie? Ja. Ja. Safe, Leute. Deswegen nehmen wir einfach mal ein paar Tortillas mit, oder? Ja. Ja. Ah, ich hab gar keine Sonnenbrille auf. Uah. Yo. Schon besser? Ah ja. Jetzt ging der Meme. Artus, der Boden ist Lava. Fünf, vier, drei, zwei. Ich wollte mich nicht aufs Glas setzen. Nicht, dass das durchbricht, hä? Wir waren einkaufen. Yannick trägt das hier schon. AJ, der Boden ist Lava. Fünf. Vier. Drei. Jo. Zwei. Eins. Oh. Wegflip? Ja, okay, mach. Schafft er den? Safe. Jetzt macht er ihn. Oh. Alter. Das war nochmal knapp. Bisschen. Er hängt sich an die Stange an, statt einfach auf die Bank zu gehen. Ich hasse mein Leben. Alter, dein Bauch ist immer noch nass. Ja, Mann. Artus. Der Boden ist Lava. Fünf. Vier. Oh, jo. Drei. Zwei. Alter, not bad. Soll ich noch ein Backflip draus haben? Zieh durch. Aber mein Fuß, Digga. Nicht, dass ich mich verletze wieder. Digga, das Schild hier ist voll risky, ne? Oh, Digga. Bin ich dreckig? Nur ein bisschen nass eigentlich. Okay. Alter. Das sah grad so aus, als hätte ich mich so voll, äh, gemauelt. Hab ich ja eigentlich auch. Aber für meinen Fuß war das so gut, weil ich darf nicht so nach vorne gehen. Und bin grad voll nach hinten gegangen und das war voll gut dafür. Ja, war gelungen für mich. Digga, was machst du hinter der Gardine, Alter? Der Boden ist Lava, AJ. Fünf, vier, drei, zwei, drei. Oh. Digga, was hat da so geknackt? Das Tischwein. Und mein Bein. Ah. Oh, der Boden ist ja Lava, ne? Digga, du bist ver***t. Du bist raus. Ey, Digga. Jo, du hast den Tisch kaputt gemacht, Digga. Digga, komm, für die Schmerzen und den Tisch einen Try noch. Nein, Digga, du hast den Tisch kaputt gemacht. Du hast beim Einkaufswagen noch einen Try bekommen. Du musst auf jeden nicht den Tisch bezahlen. Ey, ich geb dir eh 100 Euro, dann kannst du das auf den Tisch bezahlen. Hoppe, hoppe, uah. Weiter. Jo, Leute, das war wieder ein weiterer Tag auf meinem Crazy Life. Und, Alter, heute ist so dummes Zeug passiert. Alter. Wir gehen erstmal kuscheln. Ja, Digga, wir sind nicht junger. Nein, Mann, ey, junger. Nein, Leute, das war so Stani früher bei Yannick und mir. Wir haben immer so ein bisschen Langeweile im Unterricht gehabt. Und dann haben wir immer so andere so provoziert. Und die Lehrer so, ah, ah, ah. Aber, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Haut auf den Abonnieren-Button, dass dann drei Kilometer wegfliegt. So, dann ruhigen wir uns auch mal wieder. Ja, folgt mir auf jeden auch auf Instagram, Leute. Da heißt ich Artus Reichert. Ich möchte hunderttausende Abonnenten da mal knacken. Und mein lieber Yannick, der hat auch einen YouTube-Kanal. Der macht auch Vlogs in nicer Qualität. Also checkt die auf jeden Fall aus. Ihr müsst die auschecken. Da seht ihr mich des Öfteren mal, ohne dass ich das ankündige. Er hat auch eine neue Cam und ein Mikrofon. Also das wird auf jeden Fall lit. Check it out. AJ hat natürlich auch einen Kanal. Auch einen Link in der Beschreibung. Und da würde ich sagen, haut rein. Und I'm just a fucker. Peace.